Ja, einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Festgäste, Gäste, die zu unserer Diskussion gekommen sind. Ich möchte Sie sehr herzlich im Namen des 10. Bundeslandes der Grünen und der Grünen im Parlament begrüßen. Mein Name ist Alev Korun, ich bin Nationalratsabgeordnete der Grünen und es ist mir eine große Ehre, Sie in Ihrem Parlament heute begrüßen zu dürfen. Hoschgealdinis, dobrodošli, merhaba. Vor ziemlich genau 50 Jahren, genau genommen am 15. Mai, jetzt muss ich nachrechnen, 1964 wurde das Arbeitskräfteanwerbeabkommen, ein Wortungetüm, zwischen der Türkei und Österreich unterzeichnet. Und diese 50 Jahre haben ganz viel gemacht mit denen, die eingewandert sind, mit ihren Kindern, mit ihren Enkelkindern inzwischen, aber auch mit dem Land, in das sie gekommen sind. Sie haben sich verändert, das Land hat sich mit ihnen gemeinsam durch sie verändert. Und mit einer Veranstaltungsreihe zum 50-Jahr-Jubiläum möchten wir einiges von diesen Entwicklungen sichtbar machen, wahrnehmbar machen. Denn Tatsache ist, dass diese Entwicklungen, diese historischen, gesellschaftlichen, soziologischen, wirtschaftlichen, kulturellen Entwicklungen in unseren Geschichtsbüchern in Österreich noch sehr, sehr wenig, sehr am Rande und im Geschichtsunterricht auch sehr marginal vorkommen. Wie Migration Österreich verändert hat, wie Österreich Migranten und Migrantinnen verändert hat, einige von ihnen waren vor zwei Jahren genau in diesem Saal, als wir 50 Jahre erstes Arbeitskräfte-Anwerbeabkommen in Österreich gefeiert haben. Das erste Abkommen war mit Spanien. Und nächstes Jahr werden wir selbstverständlich auch hier im Parlament, im Herzen der österreichischen Demokratie, ein anderes Jubiläum begehen, nämlich das Jubiläum Arbeitskräfte-Anwerbeabkommen zwischen Österreich und dem damaligen Jugoslawien. Das feiert nächstes Jahr 50 Jahre. Es freut mich sehr, dass Sie da sind, um dieses Jubiläum mit uns gemeinsam zu begehen, um den Bogen zu spannen von der sogenannten ersten Generation bis zur heutigen jungen Generation. und es kann sein, dass im Laufe der Diskussion noch ein paar Personen kommen, aber das ist immer so bei Veranstaltungen auch im Parlament. Und ich möchte, es wird beim Podium genügend Raum und Platz sein, um unterschiedliche Entwicklungen, unterschiedliche Übergänge auch zu diskutieren. Noch einmal herzlich willkommen im Parlament, schön, dass Sie da sind. Und ich möchte jetzt an unseren Moderator, an Hikmet Kajahan übergeben, der uns durch den Abend führen wird. Schön, dass Sie da sind. Willkommen im Parlament. Merhaba, dobervecce und guten Abend. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Unsere Gastgeberin, alle Kurung unserer Perle im österreichischen demokratischen Parlament danken natürlich. und gleich auch unsere Gäste nach vorne bitten. Sie werden dann sehr schnell merken, wie die Auswahl der Gäste erfolgt ist. Aleva hat schon gesagt, wir versuchen, einen Bogen zu spannen über verschiedene Generationen. Begrüßen Sie bitte mit mir Herr und Frau Saimas. Begrüßen Sie bitte mit mir Herr und Frau Saimas. Begrüßen Sie bitte mit dem Kurung. Jetzt müsste das funktionieren. Passt. Nochmal herzlichen Dank für Ihr Kommen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ich möchte gleich beginnen mit Abdullah Saimas. Sie und Ihre Frau sitzen heute als Vertreter der sogenannten ersten Generation. Wenn ich richtig informiert bin, sind Sie 1964 nach Österreich gekommen. Und meine erste Frage wäre an Sie, das Thema Aufbruch. Jola Koyulmak. Das heißt, was waren das für Gründe, warum sind Sie nach Österreich gekommen? Also das war so, 1964 bin ich gemeldet in die Arbeitssammlung in die Türkei, in die österreichische Kommission. Und Anfang 27. März 1964, wir haben in Istanbulweg, in Wien, angekommen. Am 30. April, pardon, 1. April, wir haben am Anfang gearbeitet. Arbeit habe ich mit dem Niederösterreich-Straßhof gewesen, drei Wochen. Nach den drei Wochen, wir uns schicken nach Baden, nicht Baden, Bad Carsten in Salzburg. Nein, Monat lang bin ich allein dort gearbeitet, im Saisonende und sagte, wollen Sie in die Türkei retour oder bleiben Sie irgendwie wo Arbeit suchen. Ich habe gedacht, allein geht nicht, bin ich damals ledig gewesen und bin ich in den Urlaub gegangen. Also 1965 habe ich kennengelernt meine Spatze. Herr Seimer, darf ich Sie kurz unterbrechen? Wir kommen zu diesem Thema noch. Mich würde ganz brennend noch interessieren, warum sind Sie gekommen nach Österreich? War, einen Moment noch, war irgendwie die Landschaft in Österreich besser, hat es Ihnen in der Türkei nicht mehr gefallen? Also warum haben Sie sich auf den Weg gemacht, um nach Österreich zu kommen? Damals war man jung, nämlich wir haben nach der Militär, bin ich zurückgekommen in die Arbeitssucht. Ich finde, habe ich nicht so richtig gearbeitet, aber ich habe gehört, in Österreich wollen die Arbeiter haben. Wollen Sie dort? Wieso, warum nicht? Ich mache sofort Meldung. Wir haben eine Meldung gemacht und nicht einmal drei Monate später ist das ganze Papier gekommen, aber wir haben gemeldet in Deutschland und alles Untersuchung bis zum Zähne, alles Untersuchung komplett. Und er sagte, ja, kommen Sie morgen, fahren Sie nach Deutschland. Wir kommen in die Top-Hane, dort gewesen mit dem Büro, Arbeitsamt, und sagte, leider, mein Gott, jetzt kaputt bin ich in Almanya. Wiener ist da, müssen Sie nicht. Er ist dann gekommen, ist es halblich. Oder wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Das ist gar kein Problem, ich kann übernehmen. Das heißt, nach Deutschland war es schon ausgebucht, war es schon voll. Und dann kam die Frage, warum nicht nach Österreich, ob er nach Österreich will. Und das heißt, naja, okay, warum nicht, wenn ich schon da bin. Und genau, wir kommen in die Österreich mit Bahn, und ganz, wir kommen uns, oder gehen mit dem, so, wie sagt es mal, Deutsch, Türkisch, wie sagt es mal, den Asik. Was ist das? AromaAA Inc. Parkung, und so, wie Plastikköbel, mit Wasser was trinken, mit dem Wirkungen, mit dem Zug in Österreich. Wir waren da beim Südbahnhof damals, ich hab, ich hab, ich hab, ben, wachtten, wo wir abbacken, weil wir abbacken, weil wir abbacken, sondern weil wir sie zurückke bunlar. Moment, ich muss dann jetzt wieder, weil das können wir sozusagen unseren noch nicht türkischsprachigen Mitbürgern und Bildbürgerinnen nicht entgehen lassen. Er ist dann am Wiener Südbahnhof angekommen und er ist ganz meschuge geworden, weil eine Musikkapelle dort gestanden ist und er geglaubt hat, dass der Bundespräsident oder so ankommt. Auf so eine Art und Weise sind sie empfangen worden. Und nämlich, weil ich ehrlich sage, bin ich 50 Jahre genau in Österreich. Ich habe nicht einmal ein Schirmwort bekommen. Ich bin sehr, sehr zufrieden und bis jetzt bin ich zufrieden. Ich danke allen. Was soll ich anders sagen? Es ist ein komplettes, bin ich zufrieden. Sie sind dann in Wien angekommen, haben angefangen zu arbeiten und das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Wie war denn das Leben in Wien für Sie als Schwarzkopf, als Migrant, als Mensch aus der Türkei? Wie haben die Menschen auf der Straße reagiert? Waren sie freundlich, waren sie unfreundlich? Ja, freundlich. Wenn ich gut bin, andere genau dasselbe gut gewesen sind. Wir haben keine Schwere gehabt. Mit dem Weißbild, mit dem Österreichleben, damals war es nicht so schön gewesen. Wir haben nicht einmal Brot gesehen in dem Buffet oder Fleisch wo kaufen und denen gibt es so kleine Kreisler und so. Und in der Türkei war da jetzt österreichische Boden oder Keller und überall war jetzt super gewesen. Die hat alles in der Türkei geschafft. Und wie soll ich anders sagen? Ich war ehrlich, gut, Geld hat man nicht so viel verdient. 400 Schilling damals in der Woche. Habe ich mit dem türkischen Rechnen 43 Groschen oder sowas war das. Das war so gewesen in unserem Leben in Österreich. Aber heutige Zeit, Gott sei Dank. Viele Menschen in ihrer Generation in den 60er Jahren sind hier gekommen mit der Perspektive, wir arbeiten fünf Jahre, sechs Jahre, wir sparen ein bisschen Geld und zu Hause kaufen wir uns ein Haus und machen einen Backerl, einen Laden auf oder so ein Geschäft auf. Warum sind Sie geblieben? War das für Sie eine Option? Warum? Warum? Also damals, wir haben gedacht, jeder hat dasselbe gedacht, Arbeit macht man so weit drei Wochen, drei Jahre, verdient man Haus und fahren mal retour. Wir haben verheiratet, überhaupt nicht einmal, ein Jahr später in die erste Kinderwelt kommen. Und dann ist 1969, das zweite Kinderwelt kommen, wohin soll ich fahren? Haben wir noch nicht eine Wohnung gekauft, haben wir noch nicht das gekauft, haben wir noch nicht Geld spart? Und so weiter, da bin ich so geblieben und einfach. Waren Sie in der Türkei schon verheiratet oder haben Sie Ihre Frau kennengelernt, als Sie schon in Österreich waren? Ja, habe ich soez, aber bin 64 Jahre alt bin, bekärer olarak geldin hier. 64'ün sonunda, hanımla izinigin ging, dann tanne ich tanne ich, 65'in, Shubat ayının 27'sinde, nischan yaptık, Mart ayının 11'inde evlendik. Okay, er ist ledig nach Österreich gekommen 1964 und ist dann aber auf Urlaub in die Türkei gefahren, hat seine jetzige Frau kennengelernt und hat dann relativ schnell die Verlobung gemacht und gleich mitgenommen nach Österreich? Nein, nicht gleich. Es war circa drei Monate später, nämlich, wohin soll ich mitnehmen? Erstmal mit der Wohnungssache in Österreich. Damals war nicht einmal so eine schöne Wohnung gewesen. Heute geht es halt, Gemeindebau und das und das, aber früher war diese Möglichkeit nicht gegeben. Und habe ich die Wohnung gefunden und so ein kleines Einzimmer, Toilette ist drinnen und die ganze Sache war drinnen gewesen. Und was soll ich anders sagen? Frau Seimers, wie war das für Sie? Da kommt dann dieser Almanje, dieser Arbeiter aus Europa. Noch ganz kurz warten und möchte Sie heiraten. Was haben Sie sich gedacht? Haben Sie sich gefreut? Hurra Europa? Oder haben Sie sich gedacht, oh mein Gott? Damals war so, unser Land war ein bisschen schwerer. Ich muss mir präsentieren, eine Kollegin, dann kennengelernt, verheiratet. Er war eineinhalb Monate nachher dann hier gekommen, fahren wieder in Österreich. Na ja, er sagte, ich muss später abholen, Ticket hat er schickt mir. Und dann drei Monate später bin ich gekommen, im Juni, Mitte Juni war ich in Österreich gekommen. Aber ich war auch in der Zimmer, Mitte, Ganze, alles war drinnen, nur eine Seite Wasser, Abwaschen, sehr schwer für mich gewesen. Nur in der Zimmer, alles drinnen. Und dann mit dem WG, nichts mehr drin. Auf der anderen Seite muss man den Hausherrn wohnen, nach dem Garten, hinten. Dort zwei Monate haben wir geblieben. Was sehr schwer, keine Herde, nur eine kleine elektrische Oben. Ja, keine. Und dann dort war schwer, aber wir haben gedacht, hier kann man nichts bleiben. Wir sind in Neidorf gewesen, diese Wohnung. Er arbeitet für die Autobahnarbeit, die Bauarbeit. Sehr schwer, aber wir suchten einen Mann, gekommen. Sollte er, ich helfe für ihn, eine Wohnung, eine Fabrik zu arbeiten. Und dann eine Wohnung haben wir schon gefunden, mit Fabrik, Wohnung hat er gegeben, Fabrik-Wohnung. Dort haben wir, sechs Jahre dort haben wir gewohnt. Dort haben wir verraten gewesen, nicht so weit, Fabrik in der Nähe ist war. Zwei Kinder haben wir geboren, zwei Tochter, eines war unten in der Türkei, wohnte. Aber hier Schule gegangen, bis Handelsakademie und dann einen Mann kennengelernt, für die Türkei verheiratet. Dort geblieben. Jetzt ist mein Enkelkind auch hier gekommen. Zwei Kinder hat sie. Und dann zweite Tochter war hier. Hier verheiratet, hier geblieben. Österreichische Stadtbürgerschaft. Ich bin schon dritten, aber kann man schon schwerer Zeit haben gehabt. Sehr schwerer Zeit haben. Wie war das für Sie, wie Sie gekommen sind? Heute hören wir ja und wir lesen, wenn die jungen Frauen aus dem Ursprungsland nach Österreich kommen, dann hört man oft die Begriffe Kulturschock. Und Sie sprechen die deutsche Sprache nicht. Wie war das für Sie, als junge Frau in ein Land zu kommen, das Sie nicht gekannt haben? Sie haben wahrscheinlich kein Deutsch gesprochen, keine Nachbarn, keine Bekannten, keine Verwandten. Wie war das für Sie damals? Naja, alle zwei Seiten war eine Hausfrau, sagt man. Eine junge Dame und ein Herr, zwei kleine Kinder hatten. Aber sehr friedlich für mich, geholfen. Sie hat damit gelernt, sagte, das ist Straße, waren zusammen, entkaufen gehen, kleine Kreisler, große Mama, geht bis jetzt, kann man mal gucken. Und dann sagte, das ist Straße, das ist Gaste, das ist Kind. Und das erste Mal, sie mir sagte, wie heißt du? Deutsch sprechen. Ich habe gesagt, schon, 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 verstehe ich nicht. Und dann, sie nimmt den Sohn, sagt, sie heißt Hansi, ich heiße Tecla. Wie heißt du? Ich habe mir schon gedacht, sie fragte meinen Namen. Naja, ich habe gesagt, mein Name ist Pferi, sehr schwer gekommen. So, Pferi, wie kann man sagen, sehr schwer antworten. Na, wir sagen, die ist nur Frau Pee oder Tante Pee, Kinder, immer kommt da. Und dann, zwei Monate später wieder, Fabrikwohnung, oben wohnt der Fabrikingenieur mit Frau, sie ist auch sehr freundlich umgekommen. Ich war auch in der Fabrik gearbeitet, am Anfang, aber sehr schwer. Vielleicht eine sehr persönliche Frage, haben Sie es bereut? Haben Sie sich mal gedacht, wäre ich bloß in der Türkei geblieben und in meinem Dorf geblieben oder in meiner Stadt geblieben? Warum bin ich hier gelandet? Haben Sie es bereut? Also, für Sie beide? Anfang schon, habe ich schon gedacht, warum ich bin hier gekommen. Sehr schwer in ein fremdes Land, keine Antwort sprechen, gehen. Aber nachher dann, wenn Kinder in die Welt kommen, dann hier geblieben. Er muss arbeiten, Platz hat, hier bleibt, man sagt, kann man nicht mehr zurückgehen. Wie war es für Sie? Haben Sie es bereut? Wie meinst du? Ich meine, warum du so sprachst. Na, bin ich in Österreich, bin ich sehr, sehr zufrieden. Erstens, weil es unsere, wann in Österreich war, war man damals Schwierigkeit gewesen mit der Sprache. Wir haben endlich gesprochen. Wir wollen Fleisch kaufen, gerne mit der Suche vielleicht, ah, doch gesehen habe ich mit dem Fleisch. Wie heißt das Fleisch? Wie heißt das Fleisch? Haben wir nicht gewusst, das ist Rindfleisch. Wir haben gekauft, ein Kilo Fleisch. Kommen wir heim, machen Kuchen, das sind Pferde vielleicht. Der Kuchen, der kocht nicht, was der will ist. Und solche Sachen haben wir, ich brauche Sachen, wir haben am Anfang Schwierigkeiten gehabt. Keine Türke war da, niemand da gewesen. Wir haben nur händisch. Du, ich, du, ich, sowas kann man gesprochen, wie Wasser, Wasser, weißt du, sowas damals gewesen. Aber heutige Zeit ist, muss alles so zufrieden, wenn er in Österreich gekommen ist, kommt er Hilfe. Wie sagen wir immer, nicht nur ich, Sie auch helfen und alle helfen. Gott sei Dank, bis jetzt, wir haben zufrieden. Das heißt, Sie haben auch keinen Deutschkurs gemacht? Sie haben nie einen Deutschkurs besucht? 1964, 65 war man kein Kurs gewesen. War nachher dann am Anfang mit der Kurse. Wir haben aber, Professor, ich habe es schon gesprochen, gelernt und nicht mit der Schule gekommen. Ja, Schule schon, im Türkischen, aber nicht den Deutschkurs gemacht, gar nichts. Professorisch. Vorerst herzlichen Dank für diesen kurzen Exkurs in die Zeitgeschichte, in die österreichisch-türkische Zeitgeschichte. Wir kommen, wir plaudern dann gleich noch ein bisschen weiter. Wir haben sozusagen den Bogen begonnen mit der sogenannten ersten Gastarbeiterinnen-Generation. Ich möchte zu dir kommen, Hatice. Wir kennen uns ja, deswegen sitzen wir uns jetzt nicht. Du bist ja... Du bist ja... Du musst warten, bis ich fertig bin. Ich bin schneller als du. Du bist schneller als ich, ja. Du musst ja meine Frage erstmal abwarten. So sind sie, die modernen Frauen. Die eine schiebt das Mikro weg, die andere nimmt mir die Technik weg. Gut, du bist ja sozusagen die sogenannte zweite Generation. Und wie war das für dich in deiner Kindheit in Wien, in Österreich? Ich erinnere mich an die soziologisch-kulturellen Diskurse in den 70er, 80er bis in die 90er Jahre hinein. Junge Menschen wie du, das war die verlorene Generation, die Generation, die zwischen den Stühlen sitzt, ja. Die zwischen den Kulturen pendelt. Positiv waren wir dann oft Kulturbauer. Wir waren Brücken zwischen unseren Kulturen. Aber ich erinnere mich an diese Diskussionen. Verlorene Generation zwischen den Stühlen. Bist du verlorene Generation? Jetzt. Jetzt. Also, mal einen schönen Abend. Danke, Malalif, dass ich heute Abend hier bin. Verlorene Generation würde ich nicht sagen. Ich habe erstens mal Hochachtung vor der älteren Generation, die den Mut gehabt hat und den Mut hatte, hierher zu kommen. Auf nichts aufbauend. Nur einfach das Gewissen, wir wollen hier etwas für unsere Kinder schaffen. Mein Vater selbst kam in die 68, 1968 und 73 hat er uns mit meiner Mama und mit meinem mittleren Bruder nach Wien geholt. Und ich habe ein Bild, ich habe es leider vergessen, ein Mädchen mit knappen sechs Zöpfen, mit einem gestrickten Pullover. Und dieses Europa, das ich als Kind in Erinnerung habe, hat uns eigentlich gar nichts gegeben. Jetzt sehr negativ klingend, aber alles, was wir uns erarbeitet haben, ist selbstworking. Also, was wir von den Eltern her nicht die Möglichkeit hatten, die unsere Kinder heute haben, auf Zimmerküche, an einem Balkon. Ich bin bei diesem Gitter gestanden und konnte nicht in den Hof, weil unten die österreichischen Kinder gespielt haben. Meine Mutter ist, wir sind freitags gekommen, montags hat die Mama zum Arbeiten begonnen. Das heißt, wir waren die ganze Woche alleine zu Hause. Wir sind nicht in den Park gegangen, wir sind nicht in den Hof gegangen. Ich weiß, ich frage mich noch immer, wir waren sehr brav, wir sind zu Hause geblieben. Und ich war im Juli da und im September hat man mich in die Schule eingeschrieben. Ich habe an diese Volksschullehrerin eine Erinnerung. Für mich war sie die erste blonde Frau, die ich gesehen habe. In deinem Leben. Wirklich eine sehr hübsche Frau mit einem rot gepunkteten Kleid, mit einer weißen Perlenkette. Ich war das erste Ausländerkind aus der Türkei in Simmering. Und wir hatten das Glück, wir hatten, ich weiß nicht, ob ihr noch solche Tanten habt, wir hatten die Frau Elsa Savilma, Gott hab sie selig, die hat mit uns Aufgabe gelernt. Diese Frau, Österreicherin, hatte niemanden, also keine Familie. Sie hat uns als Kindes-, Enkelskinder angenommen und hat mit meinem Vater gesprochen, ob sie mit uns quasi spielen kann. Ein Erlebnis, wir sind jeden Samstag auf den Friedhof gegangen. Auf dem Weg zum Friedhof haben wir durch die Auto, also das ist ein rotes Auto, das ist ein grünes Auto, so haben wir Farben gelernt. Die Aufgaben hat sie mit uns gemeinsam gemacht. Ihr verdanken wir, also ich und mein Bruder, also ich mehr, weil ich das Mädchen war, den Zugang zum Schulsystem. Sie war selbst eine Volksschule, also sie hat selber auch keine Bildung gehabt, aber sie hat versucht, uns diese Möglichkeit zu geben. Zwischen den Stühlen waren wir schon. Die Lehrer, also ich prangere das heute noch immer an, dass die Lehrer... Darf ich dich kurz unterbrechen? Ich möchte nochmal kurz in die Schulzeit, in der Volksschule, weil jetzt bin ich hellhörig geworden, weil wir haben ja jetzt andere Situationen in Simmering, ja, vorsichtig ausgedrückt. Wie war das für dich damals, wenn du sagst, ich war das erste türkischstämmige Kind, türkeistämmige Kind, ja, wahrscheinlich hat es auch nicht viele gegeben. Wie war das für dich, so anders zu sein? Ich muss dazu sagen, also ich meine schon mein Aussehen. Meine Haare waren natürlich auch so. Erstens einmal konnte ich kein Deutsch, zweitens einmal, der Name Hatice ist schwer zum Aussprechen. Jeder hat es halt anders ausgesprochen. Drittens, die Familien haben uns, also in der Klasse selbst, ein Beispiel. Es gab Fasching und ich habe, mein Vater hat mir ein grünes Kleid gekauft, damals bei Mode, Kindermoden Donal hieß es, ich glaube, sehr teure Schillingzeiten. Und ich war so stolz, dass ich am Montag, wenn ich in die Schule gehe, ein sehr hübsches Kleid anziehen werde. Ein grünes mit gelbem karierten Muster und weiße Lackschuhe. Die weißen Lackschuhe waren mir zu eng, aber ich habe nicht gewusst, dass man sagen kann dem Papa, Papa, die sind mir zu eng, kauf mir bitte eine Nummer größer. Meine Tochter, die hat, also die hatten diese Denkweise. Ich habe geglaubt, es gibt nur dieses eine Paar und ich wollte diese Lackschuhe haben. Ich komme am Montag in die Schule mit meinem hübschen grünen Kleid und was war, und alle waren Prinzen und Prinzessinnen und ich war wieder nicht die Schönste. Auch das war, das war, das war ein sehr, sehr trauriges Erlebnis. Das sind, aber nicht, die Mama hat nicht gewusst, dass es ein Fasching gibt zum Beispiel. Die Mama hat uns in der Früh die Haare gekämmt und ist in der Früh schnell in die Firma Vienna Wäscherei gelaufen. Und wenn ich mich manchmal wieder hingelegt habe, sind meine Haare wieder so gewesen. Wir hatten kein Wasser in der Wohnung, aber wir waren sauber. Wir hatten nicht viel zum Anziehen. Die Tante Wilma hat uns vom Papa Geld sich genommen und hat uns Kleider gekauft, weil der Papa hat ja nicht gewusst, wo. Sie hat uns, ich weiß nicht, um 1000 Schilling in der Tauschzentrale die Kleidung gekauft. Wir waren glücklich. Es war dieses Maß des Überflusses nicht. Und auch in der Schule selber, ich meine, ich kenne nur noch ein paar Mädchen, die ich so grüße, aber man hat sich schon anders gefühlt. Aber man hat nicht diese Problematik, die wir, die unsere heutigen Kinder haben, durch den Überfluss nicht. Ich meine, das System des Kindergartens, der Schulbildung, die Möglichkeiten, die es heute gibt, hatten wir nicht. Aber die Mutti hat gesagt, Schule, Schule, nochmals Schule, Ausbildung, nochmals Ausbildung. Ich habe erst vor ein paar Tagen erfahren, dass die Hauptschullehrerin zu meiner Mama gesagt hat, der Lehrer, der Herr Janata, ja, die Hatice, die soll eine Schneiderin werden, weil die Mama gefragt hat, na, was soll sie jetzt nach der Hauptschule machen? Also ich bin Gott sei Dank keine Schneiderin geworden, weil sie uns nicht gefördert haben. Ich weiß nicht, inwieweit man das willentlich oder wissentlich nennen mag, aber die Förderung, die unsere Kinder heutzutage haben, wollen sie nicht annehmen, können sie nicht annehmen. Ich hätte es mir gewünscht damals. Alles, was ich mir erarbeitet habe, habe ich natürlich durch die Standhaftigkeit meiner Mutter mir erarbeitet, weil sie ja für mich da war. Aber die Möglichkeiten, die wir heute haben, sind nicht gegeben gewesen. Der Makel des Ausländers war da. Wenn wir in deiner Schullaufbahn weitergehen, nach der Volksschule, in der Hauptschule dann, wenn du als Jugendliche, als Teenagerin einfach bewusster, ja, wie war damals so deine Wahrnehmung der österreichischen Gesellschaft und der Situation in deiner Familie, das Fremdfühlen, sich dazugehörig fühlen, kannst du dich da noch ein bisschen erinnern? Natürlich ist es für mich, ich meine, ich war schon immer sehr frisch, ich war schon immer sehr standhaft und habe mich durchgesetzt. Und das hat natürlich bei einigen Lehrern, Professoren, zum Beispiel in der privaten Handelsschule am Getreidemarkt, war das ein Minus. Immer bist du es, die redet, immer bist du es, die aufzeigt. Ich habe damals, jetzt nur ein simples Beispiel, es gibt an jeden Schulen jetzt auch noch Redewettbewerb. Ich habe vor ein paar Tagen wieder diese Unterlagen gefunden. Ich habe 83 oder war das 85 den Platz, also von den Handelsschulen den ersten Platz in Wien gemacht und den dritten Platz von Österreich. Aber die Dekotierung, die wir, wenn es heute ein, zum Beispiel durch den Redewettbewerb, sagt es Multi, die Dekotierung war nicht so wie heute. Ja, ich habe es gewonnen oder ich habe diesen Wettbewerb gewonnen, aber dass man uns dazu auch die Möglichkeit gibt, weiterzumachen, zu fördern, das war nicht gegeben oder wenn ich... Die Möglichkeit der Förderung war nicht gegeben. Hast du das Gefühl gehabt, es war für dich nicht gegeben oder allgemein für alle Kinder in der Schule? Also für mich in dem Sinne war es gegeben, weil ich mich selbst informiert habe, für die anderen selber nicht. Das hieß nach der Hauptschule, am besten du lernst deine Lehre, am besten du gehst in die Fabrik arbeiten. Und auch für die Eltern selbst war das ja auch, also für ein Mädchen, jetzt werde ich jetzt vom Klischee sprechen, wenn sie 15, 16 ist, braucht sie nur zur Arbeit, in ein paar Jahren heiratet sie. Das ist jetzt ein Klischee, aber die meisten Familien haben daran gedacht, mein Gott, die hat die Hauptschule und damit fertig. Und für den Europäer selbst war es ja auch nicht... Ich meine, die Politik hat nicht gedacht, dass wir hier Menschen... Sie sind gekommen, wir uns 60 und haben gesagt, okay, drei Jahre, fünf Jahre. Zwei Töchter sind gekommen, danach sind sie geblieben. Aber was für eine Ausbildungsmöglichkeit, Lebensmöglichkeit können wir diesen Menschen bieten, hat die Politik nicht gedacht. Menschen wie ich haben die Möglichkeiten, die es gab, genutzt und beruflich versucht, etwas zu erreichen, um den Weg für unsere Kinder zu ebnen. Alle gehen mir heute bei meinen Fragen aus dem Weg, aber ich versuche es trotzdem. Wie hast du dich gefühlt? Also das interessiert mich, die politischen Situationen, die sozialen und kulturellen, die lesen wir natürlich, ganz viele kluge Bücher. Aber für mich persönlich ist das zum Beispiel auch ein Stück Zeitgeschichte, dass wir hier drei Generationen von Menschen mit Migrationshintergrund haben. Mich würde interessieren, wie du in der Schule warst. Hast du da gefühlt, dass es einen Unterschied zwischen dir und deinen österreichischen Mitschülern gab? Hast du das Gefühl gehabt, dass deine Lehrer dich anders behandeln als die anderen zum Beispiel? Also ich kann dazu ein gutes Beispiel geben. Es gab damals die Hauptschule, Hauptschule A-Zug und B-Zug. Ich bin im B-Zug gewesen, habe jedes Jahr, ich, die Vera Trifronewitsch, die Elisabeth Asanovic und ich, waren die Schulbesten. Das heißt, jedes Jahr hat der Direktor uns vor 400 Schülern an die Bühne gerufen, uns ein Buch geschenkt, weil wir die Schulbesten waren. Aber sie haben uns nicht gesagt, Vera, Elisabeth, Hatice, ihr könnt jetzt ins Gymnasium gehen. Sie haben uns nicht aufgeklärt. Sie haben uns nicht gesagt, ihr könnt jetzt in den A-Zug gehen. Sie haben das wissentlich nicht gemacht. Natürlich, zu diesem Zeitpunkt war es uns einfach nicht klar, dass es diese Möglichkeit gibt. Nach der Volksschule, mein Zeugnis war, ich hatte, glaube ich, nur einen 3 und lauter 1er. Ich hätte in ein Gymnasium gehen können. Aber die haben zu meiner Mama gesagt, Hauptschule ist gut genug für ihre Tochter. Und deine Mama hat dich aber dann trotzdem nicht weiter studieren lassen, an die Schule gehen lassen? Nein, nein, ich bin nach der Hauptschule in eine weiterbildende, höhere Schule selber gegangen. Also Heisch und dann Aufbaulehrgang mäßig. Und habe dann maturiert und habe versucht, dann auf der Universität Medizin zu studieren, dass er halt ein bisschen links liegen geblieben ist, weil ich geheiratet habe. Das Schicksal der studierenden Frauen, einiger, sagen wir es mal so. Aber ich habe in Dolmetsch selbst dann die Möglichkeit gefunden, als Dolmetscherin mich beruflich zu festigen. Ja, als Hintergrundinformation für die Jungen, die das alles nicht miterlebt haben. Wir reden von einer Zeit in der österreichisch-wienerischen Geschichte, wo 60% der Kinder in sogenannten Sonderschulen, die es heute nicht mehr gibt, heute heißen die... Integrativklassen, Integrationsklassen... Sonderpädagogische Förderbedarf. Sonderpädagogisches Zentrum, genau. Aber 60% der Kinder in den sogenannten Sonderschulen hatten Migrationshintergrund und im Endeffekt war die Problematik nur die, dass die nicht ausreichend deutsch konnten beziehungsweise sich niemand die Mühe machen wollte. Danke vorerst. Die Zwischengeneration, die sogenannte zweite Generation, zwischen den Stühlen sitzend, Theoman Tiftik, der erste echte Österreicher, da haben wir sozusagen die Zuwanderer, da haben wir die, die nicht wissen, wo sie hingehören. Jetzt haben wir den ersten echten Österreicher hier geboren, hier sozialisiert, in einem rein österreichischen Kontext hoffentlich. Die schwarzen Haare sind zwar noch immer da, aber was bist du? Guten Abend. Auch danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Was bin ich? Ich bin, ja, ich bin Wiener, würde ich jetzt mal einfach mal sagen. Also ich fühle mich als Wiener. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich im Urlaub bin. Obwohl du auch niederösterreich bist. Nein, ich bin, das merke ich einfach, dass ich einfach Wiener bin, weil, wenn ich im Urlaub bin und sie mich fragen, von wo kommst du, dann sage ich eigentlich nie, ich komme aus der Türkei, sondern ich, das Erste, was ich mir angebe, ist immer aus Österreich oder aus Wien. Und erst im tieferen Gespräch merke ich eigentlich, dass ich dann sage, okay, ich komme eigentlich aus der Türkei oder meine Eltern kommen aus der Türkei, aber ich bin eben aus Wien. Also ich fühle mich als Wiener. Du hast jetzt auch mitgehört, ja, so die Probleme in der ersten Generation, gerade auch die Schulsituation in der zweiten Generation. Wie war das, weil du bist in den 90er Jahren in die Schule gegangen, ja, wie war das in der Schule für dich? Hast du da parallel jetzt so Hattiges Zeit erkannt oder sagst du, das war bei mir irgendwie ganz anders? Also ich hatte etwas Glück, weil meine Mutter wusste, was Fasching ist und meine Mutter hatte auch gewusst, wann ich Buchstabentag gehabt habe. Von daher hatte ich natürlich einen gewissen Vorteil, also ich hatte einen besseren Start, würde ich jetzt mal einfach sagen. Und das war auch ein Glück, dass meine Mutter einfach so hinter mir gestanden ist oder meine Familie allgemein. Also ich möchte jetzt da niemanden, weil sie sitzen heute hier im Publikum. Und das war natürlich ein Vorteil, das ich auf jeden Fall hatte. Was ich aber schon auch gemerkt habe, jetzt dieses Anderssein oder zwischen den Stühlen sein und so weiter, das was angesprochen worden ist, das habe ich trotzdem, auch wenn ich jetzt hier geboren bin. Also das kann wahrscheinlich am besten meine Schwester erzählen noch. Bin ich jetzt eher der strengere türkische Bruder oder bin ich jetzt der lockere österreichischere? Da habe ich auch immer so einen Kampf mit mir selbst. Was soll ich jetzt machen? Und auch in der Schule habe ich das einfach gemerkt, ich bin schon ein bisschen anders als die anderen. Wie würdest du dieses Anderssein definieren, ganz individuell für dich? Es hat schon mal damit begonnen, mich beim Vorstellen. Wie heißt du? Ich heiße, also ich muss jetzt dazu sagen, ich habe zwei Vornamen, Theoman und Gian. Und ich habe mich damals mit Gian vorgestellt. Theoman ist ein Name, den ich mir erst später dazu genommen habe, um mich dann eben als Theo vorstellen zu können, nicht immer mit Gian. Und dann war es Gian, Kian und auch bei der Liste. Also wenn ich Supplierstunden hatte, ist Herr Kian da. Ich habe erst, ich muss erst genauer hinhören, dass ich gemeint bin. Ich so, ja, ja, ich bin hier, aber das heißt Gian. Und irgendwann mit 18 habe ich mir gedacht, gut, Integration, das war auch schon damals ein Thema. Also damals ist gut, da war ich halt 18. Und habe mir gedacht, okay, gut, ich mache jetzt auch meinen Schritt sozusagen zur Integration und nehme mir jetzt diesen Namen, mir war es wichtig, einen türkischen Namen zu nehmen. Jetzt irgendwie nicht Michael oder Martin zu heißen, weil das würde echt nicht zu mir passen. Ich habe mir gedacht, Hans vielleicht? Hans, Hans. Ich habe kurz überlegt, ob ich Kurt nehmen soll, weil das wäre ein richtiger Österreichischer Name, Kurti. Und es hat trotzdem eine türkische Bedeutung. Aber ich habe dann Theoman gewählt, weil es ist ein türkischer Name trotzdem sehr leicht zum Abkürzen. Theo, allgemein bekannt. Und vom Namen her schon waren diese Unterschiede halt bemerkbar. Nachdem du auch sehr belesen bist in diesen Themen, wirst du dich wahrscheinlich nicht wundern, wenn ich dir jetzt sage, dass es sehr, sehr viele junge Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die sich ab einem bestimmten Alter, Zeitpunkt Namen zulegen. Sei es, dass sie ihre bestehenden Namen abkürzen, wenn der Sahin heißt, dann Shiny wird. Du hast dir sozusagen einen Namen zugelegt, um es dir natürlich auch ein bisschen einfacher zu machen. Wenn man irgendwie 18 Jahre lang, 20 Jahre lang immer wieder sagen muss, nein, ich heiße nicht so und so, sondern so und so, es macht ja auch was mit einem. Das heißt, es ist ein Phänomen, gerade auch unter jungen Menschen, ihre Identität ein bisschen zu erweitern, ein bisschen zu erweitern, nicht zu verändern vielleicht, aber zu erweitern mit einer Namenszulegung. Wie empfindest du das als Trendy, glaubst du, weil du ja auch durch deine Arbeit als Journalist in sehr jungen Kreisen verkehrst, ist es ein Trend, der jetzt immer stärker wird oder gibt es eine Besinnung zu traditionelleren Wiedernamen? Also ich kenne jetzt außerdem eigentlich niemanden, der sich seinen Namen geändert hat, aus diesen Gründen. Zumindest haben sie es mir nicht gesagt, vielleicht machen sie ein Geheimnis draus. Ich mache auch kein Geheimnis draus, sonst würde ich es jetzt hier nicht erzählen. Ich heiße auch in Facebook noch immer zum Beispiel Theoman Djihan. Es ist mir eben wichtig, diesen Namen, den mir meine Eltern gegeben haben, nicht ganz verschwinden zu lassen. Aber es stimmt, ich habe mir Theoman sicher genommen, um es mir leichter zu machen. Ich habe einfach an meine Zukunft gedacht, vor allem das war eine Zeit, wo ich nicht genau wusste, wohin geht es mit mir, in welche Richtung werde ich mich mal vielleicht bei der Polizei bewerben. Damals gab es diese Zeitungsberichte mit türkischen Namen, hat man es schwer und so weiter. Also solche Sachen habe ich mir damals natürlich schon überlegt und ich habe mir gedacht, ich bin hier geboren, ich will keine Nachteile haben. Und das mit dem Namen war deswegen so ein Schritt, ob das jetzt ein Trend ist oder ob das jetzt viele machen, kann ich nicht beurteilen. Hast du das Gefühl, dass du Nachteile hast aufgrund deiner Abstammung, aufgrund deiner Geburt? Ich habe schon Nachteile erlebt. Ich würde mich jetzt nicht als benachteiligtes Opfer hier darstellen. So ist es sicher nicht, weil ich habe auch genug erlebt. Dass es mir Vorteile gebracht hat. Also es ist mal so, mal so. Es hat sicher auch Nachteile gehabt, besonders in der Volksschule, als ich nicht einmal einen 3 hatte, nur 1 und 2 und meine Lehrerin wollte mich, da gibt es ja dieses Schreiben, wo sie empfiehlt ins Gymnasium oder in die Hauptschule. Und da war meine Volksschullehrerin eben nicht der Meinung, dass ich ins Gymnasium gehen sollte. Und da war dann eben meine Mutter hinter mir und hat gesagt, nein, ich bestehe darauf, dass mein Sohn eben nicht in eine Hauptschule geht. Und das war einfach wichtig, weil das sind so wichtige Entscheidungen, so wichtige Entscheidungen im Leben. Es wäre wahrscheinlich alles anders gewesen, wäre ich in eine Hauptschule gekommen. Ich sage nur vielleicht, ja, wahrscheinlich. Aber da war Gott sei Dank meine Mutter oder meine Familie hinter mir und das wäre sicher ein Teil gewesen, wo ich sage, das wäre eine Benachteiligung gewesen, klar. Ich probiere es jetzt natürlich bei dir auch, also wenn du dich, wenn ich sage, du musst dich jetzt entscheiden. Wir haben vorher ein bisschen geplaudert und gelacht, weil es ähnliche Erfahrungswerte gibt, wenn jetzt Krieg ausbricht zwischen Österreich und der Türkei. Fußballkrieg. Ich bin über 40 Jahre alt und ich habe diese Frage schon 150 Mal in meinem Leben gestellt bekommen, tatsächlich, ernsthaft gestellt bekommen. Nicht nur Nationalmannschaften, Fußballspielen, sondern es bricht Krieg aus. Also ernsthafte Akademiker und Akademikerinnen, die einem diese Frage stellen, ja, wenn uns heute Krieg ausbrechen würde zwischen der Türkei und zwischen Österreich, in welcher Armee würdest du kämpfen? Ja, also erstmal hoffe ich mal, dass kein Krieg ausbricht. Ich war beim österreichischen Bundesheer, aber die Frage kann ich trotzdem natürlich nicht beantworten. Ich weiß nicht einmal, zu welcher Mannschaft ich halten soll, wenn Österreich in Türkei spielt. Und da kann ich sicher nicht jetzt sagen, ich würde in die Armee oder in die Armee gehen. Also ich hoffe auch bei Fußball immer auf einen Unentschieden. Und um ein paar Politiker zu ärgern, wir müssen nur noch ein paar Jahre warten, dann ist die Nationalmannschaft, die österreichische, eh dominiert von den türkischen oder den schwarzen, kann man schwarzes sagen? Einige Freunde und Freundinnen von mir definieren schwarz, also Menschen, die selber von Eltern abstammen, die aus Afrika gekommen sind, definieren schwarz als eine politische Kategorie. Das heißt, wenn sie von Schwarzen sprechen, sprechen sie oft von Diskriminierung und von gesellschaftlichen Bemühungen und Kämpfen gegen Diskriminierung anzukämpfen. Ich glaube, es gibt einen ziemlichen Unterschied zwischen, wie sozusagen Nicht-Schwarze unter Anführungszeichen schwarz definieren und wie Menschen, die damit tagtäglich leben, schwarz definieren. Jetzt habe ich versucht, die Brücke zu dir zu legen, weil ich dich gerne fragen möchte, weil du ja einen Overview sozusagen als Politikerin hast und dich auf einer anderen Ebene mit allen diesen Generationen, diesen drei Generationen, die wir jetzt hier am Tisch haben, beschäftigen musst, aufgrund deiner Profession auch und sozusagen über die persönliche Ebene hinaus natürlich auch diesen politischen, gesellschaftlichen Aspekt hast. Wenn du jetzt die Menschen hier am Podium dir anschaust, von der ersten bis zur dritten Generation anschaust, wie ist da sozusagen deine Gefühlslage? Nicht die politische Analyse, sondern die Gefühlslage. Ich glaube, wir leben in sehr spannenden Zeiten und das meine ich durchaus gefühlsmäßig, weil wir uns im Übergang befinden, was die türkeistämmige Bevölkerung in Österreich, aber auch in anderen europäischen Ländern betrifft. Ich glaube, die Vorstellungen von der sogenannten ersten Generation, spätestens wenn man in Pension ist, hat man den Lebensabschnitt hier abgeschlossen und dann geht man in die sogenannte Heimat zurück. Viele realisieren jetzt, dass sich das so nicht spielen wird. Mir erzählen irrsinnig viele ältere Menschen, naja, unsere Kinder sind hier geboren, unsere Enkelkinder sind hier geboren, die leben hier. Wie soll ich zurückgehen in ein Dorf, wo ich keine Verwandten mehr habe und vor allem, wenn ich meine Kinder und Enkelkinder hier habe? Und gleichzeitig haben wir eine junge Generation, die hier geboren ist und die immer mehr diese seltsame Frage, bist du das eine oder das andere verweigert und sagt, warum soll es nicht möglich sein, beides zu sein? Oder ich bin halt, ja, also ich bin der Theo oder die Hatice oder ich bin der Mensch, der ich bin. Ja, und der auch diese Kategorien, man würde zwischen den Stühlen sitzen und man muss sich sozusagen immer deklarieren, entweder rein das eine oder rein das andere zu sein, dass das immer mehr in Frage gestellt wird. Und ich habe, ich habe ein, also ein interessantes Erlebnis hier im österreichischen Nationalrat von mir vor zwei, drei Jahren war während einer Integrationsdebatte, die wir im Parlament hatten und ich habe bei meiner Rede gesagt, naja, Österreich war oder ist seit Ewigkeiten schon ein Einwanderungsland, denn Österreich ist das Land der Franitzkis, der Pospischils, der Klästils, der Havraneks, der Kratochwils und so weiter und schon ruft ein Kollege unter Anführungszeichen in den Saal, aber nicht der Koruns. Ich glaube, da gibt es noch immer eine Grenzziehung und wir sind jetzt gerade dabei, diese Grenzziehung zu überwinden, wie es, weil offensichtlich auch den Kratochwils, Havraneks und den Franitzkis passiert ist. Herr Seimers, ich möchte Sie fragen, wenn Sie jetzt, weil Sie sind in den 60er-Jahren gekommen, wenn Sie jetzt anschauen, dass Österreich von damals, 1964 und das Österreich von heute, Ihre eigenen Kinder, wenn Sie hier den Theo-Mann zum Beispiel jetzt sehen und auch hören, wenn Sie herumschauen, ja, ist es besser geworden, ist es schlechter geworden? Ja, diese Zeit ist es besser geworden. Viele, diese Zeit ist es besser geworden. Früher war sowas nicht gegeben. Das ist meine Tochter, ich bin 69 Jahre geworden, das war genau, war überall, wie soll es sagen, nicht überall war, alles hilflich und so und so und heute gibt es keine, glaube ich, Schwierigkeiten, was ich weiß. Für Sie auch? Gibt es keine Schwierigkeiten? Wie war das für Sie früher? War es besser, war es schlechter? Jetzt ist es noch besser. Jetzt ist es noch besser. Aber früher war, ich kann nicht sprechen, Deutsch, Österreich, war ein bisschen schwerer gewesen. Aber wenn meine Kinder Schule anfangen, habe ich zusammengelernt mit meinen Kindern. Ich war türkisch lesen und schreiben und dann zusammen in die Schule gekommen, meine Kinder. Da habe ich schon ein bisschen mehr gelernt, möchte ich sprechen. Und dann kennen wir Kollegen, Nachbarinnen und dann nichts mehr schwerer habe ich gekriegt. Alles war freundlich gewesen für mich, für meine Kinder. Heute gibt es ganze Möglichkeiten. Früher war es nicht so. Na ja, früher war es anders gewesen, der Anfang hier. Ja, früher war es nicht so eine Möglichkeit gewesen, aber gibt es heute keine Möglichkeit. Gibt es die Lehrer da und die Deutsche Dolmetsche da und überall so hilflich. Früher war es nicht so, damals unsere Zeit, das weiß ich. Heute, heute schon, alle miteinander geholfen und die Lehrer da und das ist da und alles, alles ist da. Gibt es gar nicht welche. Ich habe nämlich, bin ich schon 50 Jahre, ich habe noch immer türkische Botschaft, türkischen Pass. Ich wollte nicht mit dem österreichischen Pass, ich weiß warum, was die damals was genommen hat mit dem türkischen, österreichischen Arbeit, Nummer eins ist Arbeit, Nummer zwei ist Wohnungssache gewesen. Darum ist die Leute, ist österreichisch stark, heute ist es nicht so wie sie, wie für ihr. Hatice, ich bleibe jetzt einfach mal bei dieser Kategorisierung, die Zwischengeneration, du kennst sehr gut sozusagen die erste Generation, deine Eltern, du hast selber Kinder, wie ich weiß, sozusagen du kennst die dritte Generation. Wenn du da so ein bisschen vergleichst, deine eigenen Probleme, Situationen, gibt es Bereiche, die besser geworden sind, Bereiche von deinem Job her auch, wo du sagst, da ist es ein bisschen schwieriger geworden? Wenn du mir lange Redezeit gibst, dann erzähle ich es. Also, okay, ich versuche es. Also die Generation meiner Mutter, oder die Problematik oder der Lebensstil meiner Mutter ist die mit meiner nicht zu vergleichen. Sie hat, also wir als Familie Ilte haben leider in Österreich ein Schicksal erlebt, das ein bisschen nicht dem Durchschnitt entspricht. Sie sagen, 73 sind wir gekommen, 77 ist mein Vater hier verstorben. Meine Mama stand dann mit drei Kindern mit knappen 30 Jahren in Österreich, in Wien und hat versucht, uns alleine groß zu ziehen. Es hat das Für und Wider, so wie man sagt, die türkische Familienfestigkeit in diesem Fall damals nicht gegeben, weil eine Frau alleine in unserer damaligen oder auch heute in der Gesellschaft es schwerer hat. Hier in Österreich und auch in der Türkei, eine Frau, die geschieden ist oder eine Frau, die verwitwet ist, hat es in der Türkei natürlich auch nicht leicht gehabt. Und hier, 1977, war es auch sehr schwer. Aber trotz aller Wirklichkeiten, und ich möchte hier auch einen Dank wieder mal an meine Mutter aussprechen. Sie hat die Stärke bewiesen und uns großgezogen. Ich habe einen Beruf, mein Bruder ist Computerfachmann, mein jüngerer Bruder war Barkeeper und ich selbst habe eine 18-jährige, knapp 19-jährige Tochter und ich weiß, der Lebensstil, den sie führt oder den ich ihr ermögliche, konnte meine Mutter aus gewissen traditionellen und wirtschaftlichen Gründen nicht machen. Heute ist meine Tochter, sie geht in die HTL, sie hat ihren Freundeskreis, sie ist jeden Samstag in irgendwelchen unterwegs, sie fährt mein Auto schon. Das heißt, sie ist eine junge Österreicherin, ich versuche ihr nur zu erklären, dass sie Wurzeln hat. Ohne Wurzeln, hier in jedem anderen Land auch, ein Baum ohne Wurzeln wächst nicht. Das ist meine Devise. Das heißt, ich bin Kurdin, ich bin Alevitin, ich bin österreichische Staatsbürgerin, ich lebe hier, ich zahle hier Steuern und ich habe auch meine Rechte und Pflichten. Rechte und Pflichten bedeuten auch für mich, dass ich, dass meine Tochter in diesem Sinn mit einer besseren Ausbildung, mit einem besseren Know-how weitergeben kann. Natürlich haben wir auch andere negative Sachen erlebt, aber das gehört zu einer anderen Geschichte. Darf ich da nochmal nachfragen? Hast du das Gefühl, deine Tochter hat es leichter, als du es damals hattest? Meine Tochter hat es definitiv leichter. Sie heißt Helin Schahin. Ich habe den Namen bewusst ausgesucht, damit sie die Problematik, so wie ich es erlebt habe, nicht haben soll. Sie ist zweisprachig aufgewachsen. Ein simples Beispiel. Ich habe meine Tochter in die Neulandschule, in die Privatschule geschickt. Eine dieser türkisch-kurdischen Familien, die ihre Kinder noch in ein besseres System hineingeben wollen. Nach einem halben Jahr ist meine Tochter von der Schule nach Hause gekommen und hat gesagt, Mama, die Isabella hat zu mir gesagt, Mama, die Isabella hat gesagt, ich bin anders. Ich habe mal zuerst geschaut und habe mir gedacht, okay, Helin, warum bist du anders? Ich war irgendwie schockiert, weil ich nicht mitbekommen habe, warum mein Kind anders sein soll, weil sie quasi für mich ein hellhäutiges, mit hellbraunem Haar und eigentlich ein sehr hübsches Kind ist und ein nicht sehr türkisches Kind ist, also wie man das auch schubladisieren mag. Dann bin ich darauf gekommen, dass die Isabella, ihre Eltern, beide Polizisten waren und sind und habe versucht, mit der Lehrerin zu sprechen und sie darauf aufmerksam gemacht. Die Lehrerin, ich muss sie jetzt beschreiben, ich soll sie, dass ich sie vielleicht in eine Schublade gebe, Faltenrock, weiße Bluse, Perlenkette mit so einem Kat-Haarschnitt, knapp vor der Pensionierung. Sie hat zu mir gesagt, Frau Sahin, es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen, ich habe Ihnen den Vorschlag gemacht, sie soll einen Atlas nehmen, den Kindern erklären, dass es viele Sprachen gibt, viele Menschen gibt, viele verschiedene Hautfarben gibt, dass wir alle auf dieser Welt leben und eigentlich Brüder und Geschwister sind. Sie hat darauf gemeint, das ist nicht meine Aufgabe und wenn ich es machen möchte, soll ich mit den Eltern reden und sie ist dafür nicht zuständig. Ich konnte, ich meine, ein anderes Beispiel soll, dass ich jetzt nur ein ganz kleines, die Helen ging ins Gymnasium, dritte Klasse, die französische Lehrerin hat sie mit dem erhobenen Zeigefinger ermahnt. Meine Tochter hat gemeint, Frau Professor, Sie dürfen so mit mir nicht reden, ich bin zuvor Professorin studiert worden. Sie hat mir dann versucht zu erklären, dass es die Türkei ja, dass es in der Türkei so eine tolle Kultur gibt, dass es so tolle Bücher gibt und dass wir was für ein tolles Essen wir haben. Ich habe mal nur zehn Minuten zugehört und dann habe ich gesagt, was glauben Sie, wie wir zu Hause leben? Essen wir am Boden? Schlafen wir auf den Bäumen? Was erklären Sie mir meine Kultur? Ich war dann vielleicht etwas zu frisch und habe gesagt, sehen Sie, bevor Europa sich waschen hat können, mit ihren Perücken, mit den Flöten, haben wir, gewusst wie wir uns waschen, haben wir Büchereien gehabt. Also erzählen Sie mir nicht, wie ich mein Kind zu erziehen habe. Sie können mit meinem Kind schon normal reden. Sie müssen nicht auf der Stufe, du müssen, du können. Daraufhin habe ich meine Tochter aus der Schule genommen, nur weil ich oft begehrt habe und sie ist der Toto. Aber sie geht in die HTL, also nächstes Jahr maturiert sie hoffentlich. Zur Ehrenrettung muss man vielleicht dazu sagen, dass manche Menschen sehr viel Geld ausgeben, um Abenteuerurlaub zu machen, um auf dem Boden zu essen und auf Bäume zu klettern zum Beispiel. Theoman, wenn wir die ganzen persönlichen Befindlichkeiten beiseite lassen, wenn wir uns so die Frage stellen, natürlich hat Österreich etwas mit uns gemacht, mit unserer Großelterngeneration, mit unserer Elterngeneration, das ist Teil unserer Geschichten. In vielen, vielen Familien aus der Türkei, egal welcher ethnischen oder religiösen Gruppe, geht das ja noch viel weiter. Ich komme zwar aus der Türkei, aber meine Großeltern kommen aus dem Kaukasus, weil wir Tscherkesen sind und das geht ja immer weiter. Das heißt, jetzt ist Österreich Teil unserer Familiengeschichten. Wie gehst du mit dieser erweiterten Migrationsgeschichte, mit diesem neuen Zugang, was glaubst du, was Österreich mit deiner Familiengeschichte gemacht hat oder noch machen wird? Oder vielleicht mittendrin ist etwas, was du machen, weil alle vorher gesagt haben, Transformationsprozess, Veränderungsprozess. Das ist schwierig zu sagen, natürlich jetzt in die Zukunft zu schauen. Ich kann nur eins sagen, was Österreich auf jeden Fall gemacht hat, den Rücken von meinem Vater kaputt gemacht. Wir haben, also nicht wir, sondern meine Eltern und meine Großeltern haben sich hier wirklich kaputt gearbeitet. Und es wird dann aber immer so eine Dankbarkeit erwartet. Und ich denke mir so, wozu soll ich jetzt dankbar sein? Das ist jetzt dankbar, ich meine, ich bin nicht dankbar dafür, dass ich hier geboren bin, aber ich bin nicht dankbar dafür, dass jetzt mein Vater einen kaputten Rücken hat. Und das, finde ich, ist eine falsche Erwartung einfach. Wohin es gehen kann? Ja, also, ich kann auf jeden Fall mal, wenn ich meine Muttersprache angebe, dann gebe ich immer Deutsch als Muttersprache an. Ich kann sicher besser Deutsch als Türkisch. Und wenn ich mal Kinder habe, ich habe jetzt noch nicht mal eine Frau, aber wenn ich mal Kinder habe, dann frage ich mich natürlich, werden meine Kinder noch Türkisch sprechen können? Also, ich habe schon vor, ihnen beizubringen, aber ich war in Deutschland und meine Cousine ist Volksschullehrerin dort. Und ich habe schon Kinder gesehen, die haben, die Eltern sind beide Türken, aber sie können kein Türkisch, sprechen kein Türkisch. Und das finde ich schade. Und ich hoffe, dass das dann meinen Kindern nicht passiert. Das hängt natürlich auch von mir ab. Aber ich glaube, gut, jetzt bemühe ich mich noch dafür, dass die vielleicht noch zweisprachig aufwachen. Aber was ist dann mit deren Kindern? Also, irgendwo geht immer mehr verloren. Auf jeden Fall. Alle leben wir in einer Transformationszeit, in einer politischen Zeit, die diverse Entwicklungen fördert oder behindert. Weil, wenn ich sozusagen aus meiner persönlichen, ich spreche kein Wort Czerkessisch mehr, das heißt, in der vierten Generation ist die komplette Assimilation. Ich habe einen vierjährigen Sohn, den versuche ich jetzt gerade mit Mühe, ein paar Wörter Türkisch beizubringen. Aber ich weiß, dass deine Tochter Fliesentürkisch spricht und Deutsch spricht zum Beispiel. Die politisch-gesellschaftlichen Umstände, wie wir sie heute haben. Fördert es, dass Menschen tatsächlich mehrere kulturelle, sprachliche, religiöse Identitäten pflegen und leben können? Oder ist es eher so, dass wir in einem Assimilationsprozess sind, wo der Assimilationsdruck immer größer wird und dass wir eigentlich von Generation zu Generation Teile unserer kulturellen Identitäten verlieren werden? Wie schätzt du das ein? Ich denke mir, einerseits hat es wahrscheinlich noch nie eine Zeit gegeben, wo Menschen über Skype und mit den neuen Technologien und dass man überall hinfliegen kann und so weiter, also Menschen, die ausgewandert sind aus dem Land, in dem sie geboren sind, noch nie so vernetzt waren mit den Leuten dort, mit den Traditionen dort, mit den Sprachen, Kulturen, Religionen dort und so weiter. Gleichzeitig gibt es aber auch so etwas wie einen Assimilationsdruck, gerade zum Beispiel auch in Österreich, nicht nur in Österreich, aber auch hier. Das zeigt uns auch das Wiener Telefonbuch, finde ich. Also diese ganzen Kratochwils und Havraneks, die inzwischen auch kein Wort Tschechisch mehr sprechen können und die sich zu Recht als echte Österreicher bezeichnen, weil sie hier geboren und aufgewachsen sind. Das heißt, auch Assimilation ist überall dort, wo es Migration gibt, Normalität, finde ich, über Generationen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob Assimilation erzwungen wird, dass Leute gezwungen werden, ihre Wurzeln oder die Wurzeln ihrer Eltern aufzugeben oder ob im Lauf von Generationen Stück für Stück oder immer mehr Assimilation stattfindet. Ich glaube, wir müssen soweit realistisch sein, dass wir sagen, auch die Türkei-Stimmigen in Österreich werden, zumindest die, die in zweiter, dritter, vierter Generation hier leben, sich immer mehr assimilieren. Und das ist der Lauf der Geschichte. Und ich finde, es ist auch, wir müssen auch so gelassen sein, dass wir, also ich habe mich schon längst damit abgefunden, dass meine in Wien geborene Tochter, die zweisprachig aufwächst, anders türkisch sein wird, als ich es bin, die ich in der Türkei geboren und sozialisiert bin. Also von den Kindern und von den Enkelkindern zu erwarten, sie sollen genauso türkisch, kurdisch, armenisch, serbisch und so weiter sein, wie man selber aufgewachsen ist, das ist eine Illusion. Aber dafür sind sie reich an etwas anderem, nämlich sie wachsen mit mehreren Kulturen gemeinsam auf. Also für meine kleine Tochter, die jetzt fünfeinhalb ist, in einen Kindergarten geht, wo es selbstverständlich ist, und das merke ich auch an dem, wie sie mir erzählt, sie kommt eines Tages heim und sagt, Mama, der Rachman hat uns heute beim Lesen geholfen. Dann frage ich nach, wer ist dieser Rachman, das ist ja ein arabischstämmiger Name, dann stellt sich heraus, das ist ein Zivildiener, der jetzt der Kindergruppe zugeteilt ist. Dann erzählt sie, die Slavica war heute bei Ihnen, wer ist die Slavica, das ist eine Kindergärtnerin in Ausbildung und das ist für meine Tochter ganz normal, dass sie mit Rachman und Slavica und so weiter und so fort aufwächst. Also das ist normal und wir haben Gott sei Dank eine Generation, die so aufwächst und für die das normal ist, das finde ich ganz, ganz toll. Herr und Frau Saimas, Entschuldigung, Theo Mann hat jetzt ein bisschen schon vom kaputten Rücken seines Vaters erzählt und was ich Sie fragen möchte, Ich werde versuchen, es dann ins Deutsche nochmal zu übertragen. Avusturya, natürlich, hat uns viele Sachen viel verdient, ich verdient, ich verdient, ich verdient, wir wissen diese Söhne, wir von unseren Eltern wissen. Aber Sie, wie habt ihr Avusturya? Önce ein Almanca zu erzählen. Meine Frage war, Österreich hat natürlich uns sehr viel gegeben, hat uns Arbeit gegeben, hat uns Brot gegeben, hat uns Unterkunft gegeben, Bildung gegeben. Natürlich. Sie hat gesagt, wir haben gearbeitet und haben uns das erarbeitet. Das heißt, ich habe hart gearbeitet dafür, mein Gehalt war nicht dasselbe Gehalt wie meine österreichischen Kolleginnen. Aber genau dort möchte ich hin. Genau dort will meine Frage versuchen hinzukommen. Ja, deswegen war das jetzt auch klischeehaft, hat uns Brot gegeben, hat uns Arbeit gegeben und so weiter. Aber was haben Sie Österreich gegeben? Ja, also erstes Mal unsere junge Zeit haben wir schon verloren, zweites Mal unsere Grabe ist schon weg. Und drittes Mal ist gesundheitmäßig gesundheitmäßig gut, das kann man überall sagen, kann in der Türkei auch gesundheitmäßig krank werden. Aber unsere Kraft haben wir schon gesagt, was soll ich anders sagen? Unsere Kraft, zu viel gearbeitet. Ich habe nicht einmal mit 50 Jahren, ich habe nicht einmal drei Monate krank gestanden. Nicht einmal. Ich habe gearbeitet. Ich habe kämpft, ich habe kämpft, ich habe kämpft, darum, unsere Österreicher uns zufrieden. Unsere Grabe haben wir uns gearbeitet. Da kommen wir jetzt hin, ja, da wollte ich eigentlich hin. Unsere Jugend, unsere Gesundheit, weil jetzt haben wir schon mit Theomans Vater schon zwei kaputte Rücken, ja, mit meinem Vater und meiner Mutter auch nochmal kaputte Rücken. Das heißt, wie war das für Sie? Was glauben Sie, was haben Sie kulturell Österreich gegeben? Na ja, gut gegeben. Wir haben Deutsch gelernt, Sprachen, für meine Kinder hier schon gelernt, Schule gegangen, Beruf hat der Kopfhand, was zu wachsen. Und mein Enkelkind war auch hier studiert. Schon will ich Frieden für die Österreicher leben, ganzes Leben. Wir haben auch so viel gekämpft und Arbeiten. Unsere Kraft haben wir gekämpft. Hatte dir die Wogen gehen jetzt emotional hochgegangen ein bisschen, ja? Ich habe drei Kinder gehabt und meine Kleine Sohn. Ich bin in einer Kleine in der Stadt gearbeitet und ich bin in mir gewesen, ich bin in meinen Kindern gewesen. Kleine Sohn streiten in der Schule gekommen, sieben Jahre alt gewesen. Und ich sage, Mama, Mama, ich habe Kinder mit mir gebrochen, ich bin nicht so schön gegangen. Ich bin in meinen Kindern krank und du weißt, was sie sagt. Ich sage, noch zwei Stunden sie arbeiten, gehen nach Hause. Noch zwei Stunden muss man dort, über eine Stunde machen. Und das sind wir. Aber trotzig, ich bin 20 Schillen zur kleinen Hand, die drücken. Ich sage, sie gehen nach Hause, ich komme schon. Na, Gott sei Dank, unsere älteren Leute, dass wir zu Hause, die haben keine Arzt und dort sind, sie werden schon. Das ist, wenn ich gesagt habe, 8 Liter, wir zu Hause geredet, Kind nicht gehören. Er, weißt du was man, kalte Wasser, in den Termos reingegeben, da liegen, bei dem Bauch. Ich bin nur zwei Stunden gearbeitet, drei Stunden gewesen, ich bin zu Hause gegangen. Ich bin gleich in die Hand, mein Mann später gekommen, ich bin zum Arzt und zum Hausarzt gegangen. Ich bin zum Hausarzt gegangen. Oh, ich nehme mal Wettbewerb. Gutes Dienstag. Ich nehme mal, ich starte gegangen, gleich in die Operation. Und der Chef zu mir sagt, nur drei Stunden arbeiten. Was ist das, wenn ein Mensch durchführt, drei Stunden arbeiten? Und es ist so viel, wie er mitmacht. Welch nichts, Rosane. Natürlich überraschend. Nichts. Die Frauen heute Abend sind sehr mächtig hier. Die starken Mütter und Frauen. Sie haben natürlich vollkommen recht, unsere Geschichten, unsere Geschichten sind ja voll auch mit Kränkungen. Ja, das heißt, wir wollen nicht so tun, als ob alles super wäre. Deswegen auch, Hatice, jetzt noch einmal sozusagen diese persönlichen, emotionalen Befindlichkeiten. Was haben wir gegeben? Ja, was haben wir Österreich der österreichischen Kultur gegeben? Wir haben Ihnen meiner Meinung nach sehr viel gegeben. Nur das Wissen, dass wir Ihnen viel gegeben haben, beruht nicht nur jetzt auf der Arbeitskraft von Eifels Vater und Mutter. Die kulturelle Vielfalt. Ein simples Beispiel. Der Naschmarkt, der war von uns in Simmering sehr weit weg. Einmal im Monat einkaufen im Naschmarkt. Oliven, Peperoni, all diese Dinge. Von kleinen Dingen angefangen, vom Marktinhalt bis zum Lebensinhalt. Und für mich selbst hat mir Europa, ich rede jetzt von Europa selber, von Österreich nicht nur. Weil überall in Europa türkische, jugoslawische und andere Mitmenschen gearbeitet haben. Ich bin mit elf erwachsen geworden. Mit elf ist mein Vater verstorben. Der Polizist stand vor der Tür und hat gesagt, ihr Vater ist gestorben. Ich bin mit, ich bin 2002 noch einmal erwachsen geworden. Durch den Tod meines anderen Bruders. Ich wollte das heute eigentlich gar nicht erzählen. Aber ich denke, das ist ein Teil meiner Lebensgeschichte auch. Und ein Teil dieser Geschichte auch. Dass es in Europa oder in Österreich nicht alles Sonne und Wonne ist. Ich wäre froh gewesen, wenn mein Bruder nur seinen Rücken verloren hätte. Er hat sein Leben verloren. Und natürlich ist das nicht, es ist ein Einzelschicksal. Wir haben als Familie dieses Einzelschicksal erlebt. Aber diese kulturellen Möglichkeiten, die wir ihnen gegeben haben. Zum Beispiel durch meinen Beruf können im Spital die Krankenschwestern und die Ärzte diese kulturelle Vielfalt, diese Brückenbau, die ich ihnen durch meine Arbeit ermögliche, die Menschen näher zu bringen, in Anspruch nehmen. Hast du das Gefühl, dass es gelingt? Weil es gibt ja immer wieder kritische Stimmen, die sagen, wir machen so viele Workshops, so viele Seminare und Vorträge und Konferenzen. Hast du das Gefühl, es gelingt, diese Brücken zu bauen tatsächlich? Nicht immer. Natürlich ist jetzt das Wort Integration in der Politik auch sehr modern und auch salonfähig geworden. Die Salonfähigkeit ermöglicht es gewisse Vorstände, Bankdirektoren, gewisse höher gestellte Persönlichkeiten mit dem Wort und mit der Möglichkeit der Integration zu, ich hoffe, es klingt nicht sehr negativ, zu hausieren. Man eröffnet Integrationswochen, man gibt ihnen Möglichkeiten, verschiedene Zeitungen zu eröffnen. Die Palette ist groß, aber im Volk selbst, wenn du im Bus sitzt und hier eine Schwarze in ihrer Muttersprache spricht, und du hast, ich persönlich habe das erlebt, du sitzt daneben und hast die Kronenzeitung in der Hand und die Österreicher daneben sagt, na, wann hört die ähnlich auf, um einen anzuquatschen? Und ich schaue sie an und sage, was meinen sie? Na, sie habe ich nicht gemeint, sie sind eh schon Österreicherin. Dann denke ich immer, ich bin nicht Österreicherin in dem Sinne. Aber die andere, es gibt immer das andere Modell, wo man mit wem man oder mit das man, dass man einen Minus bringen kann, dass man in einem Minus akkredieren kann, dass man als schlecht hinstellen kann. Wir Türken, Kurden haben vielleicht die besseren Möglichkeiten erschaffen, uns jobmäßig, kulturell, ich möchte nicht sagen anpassen, aber wir haben selbst vieles erarbeitet. Und ich möchte keinen Dank weder von der Regierung noch von der Politik noch sonst irgendwas, weil ich es selbst gemacht habe. Aber die Kraft, die Menschlichkeit, das Gefühl hier zu leben und etwas gegeben haben und dann zu sagen, mit 700 Euro in Pension zu gehen, das ist schlimm. 40 Jahre hat die Mama gearbeitet, also keinen einzigen Tag irgendwie, wie er gesagt hat, im Krankenstand gewesen. Wenn ich Zyniker wäre, was ich nicht bin, würde ich jetzt sagen, sie soll froh sein, weil wie viel wirst du bekommen später oder ich? Ja, ich werde dann wahrscheinlich auswandern. Nach Anatolien oder wie? Ja, ja, ganz bestimmt. Theoman, die Frage sozusagen, was haben die migrantischen Generationen in Österreich gegeben, bei dir möchte ich die Frage ein bisschen variieren. Wir haben Kebab gegeben, wir haben Schafskäse gegeben, wir haben Oliven gegeben, wir haben das Bussi Bussi gegeben. Vor 20 Jahren, wenn aus der Türkei stammende Freunde, Männer sich gebustelt haben, haben alle blöd geschaut. Und jetzt am Naschmarkt sehen wir, dass das unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit sehr en vogue geworden ist. Neben all diesen folkloristischen Geschichten, neben all diesen kulinarischen Geschichten, als Vertreter sozusagen der jungen Generation auch, was glaubst du, was ist unser Beitrag? Ja, wenn wir sagen, wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir sind mit unseren verschiedenen kulturellen Identitäten Teil dieser Gesellschaft, was glaubst du ganz persönlich, was könnte unser Beitrag sein für die Entwicklung Österreichs, demokratische Entwicklung, kulturelle Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung? Haben wir überhaupt so eine Aufgabe oder so einen Job vor uns? Auch wenn du die Frage kurz variiert hast, ich möchte ganz kurz trotzdem auf die vorige Frage auch eingehen, was haben wir mitgegeben? Also ich persönlich, ich bin 26, ich habe jetzt nichts sozusagen geben können, aber ich kann jetzt für meine, für meine, ja, nicht einmal verheiratet. Aber Militärdienst hast du gemacht. Ja, das habe ich, ja, Militärdienst habe ich gemacht. Aber wir haben, also meine Eltern zum Beispiel, ja, oder Großeltern, die Vorgeneration, sie haben halt, das muss man vielleicht nochmal erwähnen, sie haben ihre Gesundheit gegeben, Verwandte, Familie, die schönsten Momente und da möchte ich deswegen auch eine Anekdote dazu erzählen. Heute ist es kaum vorstellbar, wenn die eigene Frau schwanger ist, dann ist man bei der Frau und wartet auf das Kind sozusagen, ja. Und bei meiner Geburt im Kaiser-Französisch-Spital, mein Vater hat vor meiner Geburt von seinem Abteilungsleiter erfahren, dass ich auf die Welt gekommen bin und das war ungefähr so. Ja, gratuliere, Herr Tiftik, Sie haben einen Knaben und das Problem war, mein Vater kannte aber nur Bub und Mädchen und wusste nicht, was ein Knab ist. Und das ist natürlich, was ist ein Knabe, ist das ein Zwilling, ist der jetzt behindert und das ist jetzt lustig, aber es ist eigentlich traurig. Aber das möchte ich sagen, also wir haben unsere schönsten Momente sozusagen hergegeben. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage, ja, ich kann jetzt nichts sagen, ich sehe, meiner Aufgabe ist es nicht jetzt irgendwie etwas zu geben. Ich versuche, das sehr individuell zu machen. Mein Freundeskreis besteht so 50-50, sage ich mal, österreichisch, türkisch, sehr gemischt. Und was wir auf jeden Fall Wien gegeben haben, ist dieses Multikulti und das ist ja ziemlich cool, also jetzt Naschmarkt oder ganz andere Plätze. Also davon profitiert ja auch Österreich sozusagen, ja. Ich kann jetzt nichts Genaues nennen, was ich sage, ja das, das war jetzt mein Beitrag oder das habe ich jetzt geleistet. Alle auf der politischen Ebene die gleiche Frage. Ja, wir geben Fußballspieler, wir geben Politikerinnen. Wir haben drei aus unserem Lande sozusagen im Parlament sitzen. Aber was könnte sozusagen, der Diskurs, der Migrationsdiskurs, der Zuwanderungsdiskurs verändert sich ja auch. Das heißt, was könnte sozusagen in einer sich weiterentwickelten, transformierenden Demokratiegesellschaft die Aufgabe von Menschen wie wir, der ersten Generation, der zweiten Generation, der dritten Generation, ja, oder jetzt auch der vierten Generation, wenn wir jetzt unsere Kinder noch anschauen, die mehrsprachig, mehrkulturell, transidentitär aufwachsen, das war jetzt ein schönes Wort, transidentitär. Und was könnte unsere Rolle sein, ja, in der Zukunft der österreichischen Demokratie? Ich glaube, Leute wie wir, die mehrsprachig sind, die sich in unterschiedlichen Traditionen, Ländern, Kulturen bewegen können, sind jetzt ganz grob gesprochen Weltbürger und Weltbürgerinnen. Und ich glaube, in beschleunigten Zeiten wie diesen wird das immer mehr zur Normalität werden. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch dessen bewusst sein, dass es viele Menschen gibt, die Angst haben davor, weil sie eben nicht zweisprachig sind, weil sie sich nicht in mehreren Kulturen bewegen können und dass sie sich dadurch auch benachteiligt fühlen und Angst haben, zu den Verlierern zu gehören. Ein typisches Beispiel, das ich immer wieder erzähle, ist bei einer Diskussion, bei einer öffentlichen Diskussion, wo es eben um das Thema Zusammenleben und so weiter geht steht eine alte Wienerin auf und sagt zu einer jungen Frau, die mehrsprachig aufgewachsen ist, in Wien geboren ist, sagt sie, jetzt sagen sie auch schon, sie seien Österreicher. Wenn sie Österreicher sind, was sind dann wir? Und wenn man das hört, schmunzelt man oder lacht man oft, aber ich glaube, die Ängste dahinter muss man auch ernst nehmen, weil viele Menschen mit der Geschwindigkeit, aber auch mit dieser Verbundung, also wie es in Wien ausschaut, nicht ganz zurechtkommen. Ich behaupte, weil die Politik sie sehr, sehr lange damit alleingelassen hat und ihnen die Illusion unständig eingeredet hat, naja, die GNE zurück. Also wenn wir uns wirklich überlegen, wann hat eine namhafte Integrationspolitik in Österreich überhaupt angefangen, also da sind wir wahrscheinlich im Parlament ganz unterschiedlicher Meinung, was eine namhafte Integrationspolitik und Gleichstellungspolitik wäre, aber selbst wenn man sagt, also so etwas wie Sprachkenntnisse thematisieren, Anerkennung von mitgebrachten Fähigkeiten und Qualifikationen thematisieren, wenn wir uns ehrlich sind, ist das noch wahnsinnig jung, also im Prinzip haben 40 Jahre lang österreichische Bundesregierungen der Bevölkerung gesagt, naja, das sind eh irgendwie, die werden eh gehen, das sind eh Gastarbeiter und das ist natürlich fatal und ich glaube, um es abzukürzen, von Politikerinnen gibt es ja nicht umsonst den Ruf, wie sie hören, dass sie ganz gerne reden und nicht auf den Punkt kommen manchmal, aber ich glaube, unsere Rolle sollte eine Pionierinnenrolle sein, eine Vorreiterrolle zu sein, um unsere Mehrsprachigkeit, Bikulturalität dafür zu nutzen, verständlich zu machen, dass das auch sehr viele Vorteile hat, wenn man mehrere Sprachen beherrscht und wenn man mit mehreren Menschen oder wenn man mehrere Menschen verstehen kann, denn ich glaube, das ist die Zukunft, also es wird sicher viel schwieriger als früher so etwas wie Einsprachigkeit geben, falls es die überhaupt gegeben hat und da haben wir eine positive Rolle zu spielen, finde ich, um die Gesellschaft weiterzuentwickeln, selbstverständlich mit allen Menschen gemeinsam, die hier und in anderen Ländern leben. Ich will den Begriff der Geschwindigkeit, den du jetzt auch so ein bisschen angesprochen hast, also der Transformations-, Veränderungsprozess, der sehr schnell vorangeht und natürlich die Mehrheitsgesellschaft, die Autochtonen, Österreicher, Österreicherinnen, zum Teil irritiert, zum Teil verängstigt, ja, was macht denn aber diese Geschwindigkeit mit den diversen ethnischen Communities? Das heißt, beobachten wir hier auch eine Verängstigung, ein Backlash zu traditionelleren Strukturen, wo Menschen sich mehr zu Religion, Ursprungsreligion, Ursprungskultur zurückziehen oder hineinbegeben oder wieder, ja, das heißt, was macht diese Geschwindigkeit dieser gesellschaftlichen, globalen Veränderung mit den ethnischen Communities hier in Österreich? Spannender Punkt, danke für die Frage. Ich glaube, da gibt es auch Ängste, ja, und da gibt es teilweise auch negative Entwicklungen, dass manche Leute, die eben verunsichert sind, wenn sie zum Beispiel mitkriegen, dass ihre Kinder oder ihre Enkelkinder eben in diesem Assimilations- und Anpassungsprozess drinnen sind und sich verändern, sich anders definieren, anders leben wollen teilweise, dass sie dann Angst kriegen, na hoppla, die sind dann nicht mehr türkisch, nicht mehr kurdisch, nicht mehr, keine Ahnung, Bosnisch oder was auch immer. Also da gibt es sehr, sehr viel Verständigungsarbeit auch zu machen, auch in den sogenannten Communities. Also ich, oder viele, die hier im Raum sind, wissen das sicher, bei konservativen, türkei-stämmigen Menschen ist zum Beispiel seit einigen Jahren sehr stark die Angst und die Debatte da, Hilfe unsere Familien zerbrechen, weil die Scheidungsrate auch bei den türkei-stämmigen im Ansteigen begriffen ist, was auch ein ziemlich klarer Integrationsindikator unter Anführungszeichen ist, weil die Leute, weil die Frauen auch mehr Einkommen haben und mehr Freiheit und so weiter. Die Scheidungsraten steigen und das macht vielen Menschen Angst, so Hilfe lösen sich unsere Familienstrukturen auf, passen wir uns an. Das sind Diskussionen, die sehr stark im Gange sind. Sie kriegen ja auch weniger Kinder. Mit 26 sind Sie immer noch nicht verheiratet. Früher wäre man schon ein alter Mann in dem Alter. Bevor ich so zur Schlussrunde jetzt ein bisschen komme, möchte ich sozusagen, jetzt wieder zu meiner linken Seite, Herr Seimers, wenn Sie die Möglichkeiten hätten, Geld spielt keine Rolle und Macht spielt keine Rolle, wenn Sie sagen, Sie könnten jetzt etwas machen, was müsste getan werden, damit das Zusammenleben in Österreich besser wird, damit es noch besser wird, was müssten Sie tun, was würden Sie tun, ganz persönlich, damit es noch besser wird, das Zusammenleben in Österreich? Naja, was kann man tun, wir haben bisher etwas getan, was kann man nach den 70 Jahren, was soll ich machen, was kann man helfen? Der Jugendliche muss helfen. Nein, nein, nicht was Sie machen können, sondern was würden Sie tun, was glauben Sie ist wichtig, dass man jetzt macht, damit das Zusammenleben noch besser wird in Österreich? Wenn ich kann, muss ich immer zusammenhalten, was ich kann, was helfen, mit Österreich, was kann ich helfen? Die kann man nicht, die ist sowieso reich genug. Wir haben nur, was ich kann, kann man was helfen, sonst nichts. Da hat er uns genug helfen, Beispiel, heutige Jugendliche, meine Meinung, ich noch immer denke den, heutige Jugendliche wollen nicht in die Arbeit, was kann Österreich, Österreich wieder sehr gut, das hat er mit dem Arbeitslosen Geld und das Geld. Schau mal mit dem Kaffeehaus, heute unsere Leute, die laufen da rund um und um, die wollen ja nicht Jugendliche arbeiten. Schauen Sie mir, was Sie machen, was Sie machen, was Sie können, helfen, diese Jugendlichen mit dem Kaffeehaus auszuhauen, muss Arbeit geben, arbeiten gehen, was kann man anders tun. Das heißt, zusammenhalten alle Menschen, die in Österreich leben und mehr für die Jugend tun, Ausbildung und Jobmöglichkeiten schaffen. Genau, ganz genau so, mit Jugendlichen muss man irgendwie schaffen, was in die Arbeit geht. Heute, wenn ich gehe in Wirtshaus, nicht Wirtshaus, unsere türkische Kaffeehaus, so viele unserer Leute, unsere Jugendlichen gehen in das Kaffeehaus. Schuld ist er, wer ist schuld? Österreicher Schuld. Das kann man ehrlich sagen, warum? Das sagt der Arbeitslose, das sagt der dies und das. Ist ja klar, ich gehe da auch nicht so was. Frau Nationalratsabgeordnete, Ihrem Kollegen hatte Strache, würde das wahrscheinlich gefallen, oder? Nein, aber da möchte ich auch differenzieren, weil ich glaube, dass es uns, also erstens die Frage, wer ist schuld, bringt nicht unbedingt Lösungen nach sich und verleitet aber auch dazu, dass wir schon wieder pauschalisieren und etikettieren. Ich glaube nicht, dass man, ich bin nicht der Meinung, dass Österreich schuld sei, wenn viele Menschen in Kaffeehäusern sitzen oder arbeitslos sind. Ich würde umgekehrt selbstverständlich auch nicht sagen, alle, die in Kaffeehäusern sitzen und keinen Job haben, sind selber schuld. Das wäre genauso falsch. Tatsache ist, dass wir Strukturen brauchen, dass wir ein Zusammenleben brauchen, dass der Frage nachgeht, wer bist du statt woher bist du? Das heißt, wenn Menschen zum Beispiel bei Jobbewerbungen, wenn ihre Bewerbungen gleich gekübelt werden, weil sie einen sogenannten ausländisch klingenden Namen haben, dann heißt das, wir haben keine Chancengleichheit. Und das ist etwas, was ich gern verändern möchte mit vielen anderen gemeinsam, weil zu sagen, eine ganze Gruppe, eine ganze Bevölkerung, ein ganzes Land ist schuld, das stimmt so erstens nicht und bringt uns auch nicht weiter, glaube ich. Genauso wie ich auch nicht sagen würde, es sind alle Migranten Engel oder wir machen alles super, nur weil wir zweisprachig sind oder woanders geboren sind. Also mein Ansatz ist da ein differenzierter, aber es muss sehr stark in Richtung gehen, wie können wir gemeinsam die Gesellschaft positiver entwickeln, positiver gestalten, damit eben die Frage ist, wer bist du statt woher bist du? Damit Leute nicht diskriminiert werden, natürlich nicht nur die mit ausländischem Namen nicht, sondern auch Frauen nicht, auch behinderte Menschen nicht, Lesben und Schwule nicht. Frau Seimers, wenn ich Sie frage, was würden Sie persönlich verändern, damit das Zusammenleben in Österreich noch besser funktioniert? Was würden Sie machen? Was hat er gesagt? Für junge Leute wollen nichts arbeiten, für ihre Pensionisten ein bisschen wenig Lohn haben gekriegt. Naja, ich bin früh Pension gegangen, jetzt meine Pension, Lohn ist ganz wenig, man muss mich sparen, muss mit denen ein bisschen zusammenleben. Das Arbeit los und so viel, dann so viel für Kinderbeifel kommt und so, aber wir sind, ich habe am Anfang kein Kindbeifel bekommen, für das erste Kind geboren, wenig Arbeiten gemacht, Arbeitszeit habe ich gehabt, keine Garantzeurlaub habe ich mit dem zweiten Kind. Naja, diese Zeit auch war schuldig, jetzt ist Jura, also ein bisschen, das Leben ist ein bisschen schwer, alles ist teuer. Aber ich höre ein bisschen raus, Österreich ist schuld, das heißt, es gibt zu viel sozialen Wohlstand scheinbar, die das Menschen in die Faulheit treibt. Hatte ich ja eigentlich, muss ich mir jetzt für dich was anderes ausdenken als Frage, weil ich gesehen habe, du hast eine ganze Liste mit Notizen gemacht, aber nichtdestotrotz, wenn ich dir sozusagen auch die Möglichkeit gebe, gerade auch, weil du, ich wiederhole jetzt das Klischee der Brücken, als Dolmetscherin bist du natürlich eine Brücke zwischen verschiedenen Sprachen und Menschen, das heißt, wo glaubst du aus deiner Praxis, aus deiner beruflichen, persönlichen Praxis heraus, wo glaubst du, sollte man den Finger drauflegen, wo sollte man schnell etwas verändern, damit das Zusammenleben noch besser wird? Ja, wo sollte man anfangen? Einfach bei der Punkt 1. Okay, also die Politik hat schon vor 50 Jahren den Fehler begangen und nicht gesagt, wir bringen jetzt Menschen und diese Menschen haben Bedürfnisse. Ich unterbreche dich jetzt, ja, ich will jetzt gar nicht auf die politische Ebene, ich frage dich, ja, ich gebe dir die Macht, die Möglichkeiten, bla bla bla, was würdest du, was glaubst du, was dringend notwendig wäre, keine politischen Pamphlete, keine jetzt parteipolitischen irgendwas, was glaubst du als Hatice Iltaj, was dringend notwendig wäre, was man sofort tun sollte? Also erstens einmal Chancengleichheit für alle, egal welche Sprache, welche Religion, welche Hautfarbe. Chancengleichheit bedeutet aber, dass wir für uns, egal jetzt in welchem Land oder aus welcher Sprache, aus welcher Religion, wenn man auf das Arbeitsamt geht, nicht die Frage gestellt wurden, die Frau Meier kommt vor mir dran, als der Herr Doran, dieses Klischeehaftige, die Bildungsmöglichkeiten für alle gleich sein sollen, die Möglichkeiten, also der ethischen Zugehörigkeit und die Kulturfrage, all das im Raum stehen zu lassen und dann den Menschen vor den Grund zu bringen. Ich kann in einem Krankenhaus ja auch nicht sagen, Sie sind ja aus der Türkei, Sie bekommen nicht die gleiche Chemotherapie wie der Herr Meier. Das heißt, alle müssen die gleiche Möglichkeit zum Zugang zur Medizin bekommen. Genauso würde ich es hier im Alltag, alle sollen diese Möglichkeit bekommen. Aber wir haben sie nicht. Na ja, in Österreich kann man auch Privatpatient sein, dann ist es egal, wie man heißt. Auch in der Türkei kann man Privatpatient sein und du weißt, dass es in der Türkei ein anderes System als Privatpatient ist. Und die Möglichkeit hier ist, wenn ich zum Vasek gehe, jetzt Schönheits-OP-mäßig, oder zu dem Stümper, der jetzt irgendwo bei irgendwem es lernt. Aber nichtsdestotrotz muss es machbar sein. Ich möchte ja auch meinem Kind, also ich bleue meinem Kind ein. Sie ist die Beste, sie hat die besten Möglichkeiten, aber nur, wenn sie eine Bildung hat, nur, wenn sie die gleichen Chancen nützen möchte, muss sie etwas vorweisen können. Vor 50 Jahren haben unsere Eltern nichts vorweisen können. So wie der Herr Seimas gesagt hat, wir sind bis auf die Zähne untersucht worden. Heute muss meine Tochter nicht untersucht werden. Sie muss durch ihre Persönlichkeit, durch ihre Möglichkeit, das, was sie hat, sich präsentieren und am besten verkaufen können. Genauso wie ein österreichisches Kind. Also Bildung, nochmals Bildung und nochmals Bildung. Theoman, Chancengleichheit ist gefallen. Ich glaube, wir sind uns d'accord, dass wir eine hundertprozentige Chancengleichheit für alle Menschen in Österreich, unabhängig von Herkunft, noch nicht erreicht haben. Aber wenn ich dich jetzt frage, was glaubst du, wie könnte man einen Schritt näher zu Chancengleichheit kommen, dass wirklich alle Menschen die gleichen Grundvoraussetzungen haben, die Möglichkeiten haben, was sie daraus machen, ist dann wieder eine andere Geschichte. Was würdest du tun, wo würdest du den Finger in welche Wunde tun, damit es etwas besser wird? Ja, ich glaube, dieses Wer-bist-du-statt-woher-kommst-du ist ein guter Ansatz, damit diese Chancengleichheit entstehen kann. Allerdings die Frage, wer bist du statt-woher-kommst-du, das passiert ja auch nicht so von heute auf morgen. Und ich glaube, dass man da eben verschiedene Dinge bewegen muss. Also Bildung wurde schon angesprochen. Ich glaube auch, dass Bildung einer der wichtigsten Themen ist, jetzt eben für alle. Also ich halte sehr viel von Ethik- und Moralunterricht hier oder verpflichtendes Auslandssemester für Studierende oder so. Dass man mal auch selber woanders hinkommt und selber eben erlebt, wie ist es, wenn man die Sprache nicht so gut kann und wie ist es, wenn man wo hinkommt, wo eigentlich alle schon super befreundet sind und so. Das könnten so Sachen sein. Medien spielen natürlich eine große Rolle. Ich arbeite ja selber beim Biber-Magazin, wo wir mit Klischees spielen und diese eben aufbrechen. Es gibt leider sehr wenige Medien, die in diese Richtung tendieren. Wir wissen, wir haben sehr viele Boulevard-Medien, die hier, ja, ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen. Also wir wissen, was die Boulevard-Medien in Österreich machen. Letzte Diskussion mit den türkischen Ortstorfen. Also das sind so Themen, die einfach wirklich aufgebauscht werden und einfach nur meiner Meinung nach Hetze sind. Es sind sehr viele Sachen, die bewegt werden müssen. Also Medien, Bildung auf jeden Fall. Alle, die ist ja nicht sicherlich aufgefallen, dass ich jetzt immer wieder gesagt habe, damit es besser wird, das Zusammenleben. Das habe ich jetzt bewusst natürlich immer wieder gesagt, weil es manche politische Bewegung gibt, die so tut, als ob wir brennende Vorstädte hätten, so tut, als ob wir Kriminalität bei 90 Prozent hätten und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt politische Kräfte, die ein Interesse daran haben, so zu tun, als ob wir in Schutt und Asche liegen und alles ganz fürchterlich ist. Tatsache ist ja, dass vieles gut funktioniert im Zusammenleben. Und deswegen auch so bewusst, was müssen wir tun, damit es noch besser wird, damit das Zusammenleben einen Schritt besser wird. Was würdest du aus politischer Sinn, wenn ich sagen würde, bei den nächsten Wahlen haben die Grünen die absolute Mehrheit und vielleicht noch die Neos dabei. Was glaubst du, müsste man sehr schnell sofort umsetzen, damit das Zusammenleben der Menschen noch ein bisschen besser funktioniert? Erstens, das, was der TJ gesagt hat, möchte ich unbedingt unterstützen. Bildung ist für das ganze Land und für die gesamte Jugend sehr, sehr wichtig. Und bei der Bildung muss vor allem, heute war ja, vielleicht haben Sie es im Radio gehört, es hat zum Beispiel den Vorschlag gegeben, dass gerade bei Familien, also bei Kindern, die aus sozial benachteiligten Familien kommen, die logischerweise nicht nur mehrsprachige Kinder sind, dass gerade dort in die Bildung viel mehr investiert werden sollte. Und ich glaube, das wäre auch, das würde auch das Zusammenleben sehr stark verbessern, weil wir endlich diese leidige Debatte weg hätten, weil ein paar Kinder in der Schule nicht gut sind, würden sie das Niveau runterziehen oder so. Eigentlich wissen wir, dass wir in Österreich leider ein hochselektives Bildungssystem haben und dann tun manche immer wieder so, als würden sie sich wahnsinnig wundern, wenn das System wieder mal ein paar tausend Kinder rausselektiert hat, die dann als Schulabbrecher auf der Straße landen. Also massive Investitionen in die Bildung. Dann bin ich sehr, sehr stark dafür, dafür kämpfe ich auch seit Jahren politisch, dass egal wer in der Bundesregierung sitzt, sie endlich den Leuten reinen Wein einschenkt und sagt, Leute, wir sind eine vielfältige Gesellschaft, da werden viele Sprachen gesprochen, wir haben viele unterschiedliche Kulturen und es geht nicht darum, wie, und wir müssen uns erstens sozusagen, also erstens ist es Normalität, dass mein Nachbar anders ausschaut als ich und vielleicht eine andere Religion hat, eine andere Muttersprache hat, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern wir haben eine gemeinsame Zukunft, die wir miteinander teilen und wir müssen an dieser Zukunft gemeinsam arbeiten. Was leider fast die letzten 50 Jahre passiert ist, nein, 50 Jahre ist übertrieben, also vor allem ab Ende der 80er Jahre, ab Anfang der 90er Jahre, haben alle Bundesregierungen so getan, als würden sie Migration wahnsinnig bekämpfen und als würde das zu einer besseren Integration führen. Oder wenn man Leute segiert sozusagen, dann würden sie sich besser integrieren, dann würden sie besser Deutsch lernen. Das muss man auf jeden Fall abstellen, weil was ich immer wieder erlebe ist, seit Jahrzehnten hört die Mehrheitsbevölkerung, wir bekämpfen Migration eh und wir schauen, dass wir die Leute sozusagen zu Dingen zwingen und es kommen eh kaum mehr welche und dann gehen die Leute in Wien in den Park oder steigen in die U-Bahn ein und sehen die ganzen Leute, die ganz unterschiedlich ausschauen und denken sich, aha, diese ganze Strenge nützt offensichtlich nicht, man muss halt die Schraube noch fester und noch fester und noch fester drehen. Also die Verantwortung der Politik, endlich anders über das Zusammenleben zu sprechen, egal welche Partei in der Bundesregierung sitzt, so sehr ich mir natürlich die Grünen in der Bundesregierung wünsche, gar keine Frage, aber da geht es einfach um ein anderes Bewusstsein über Vielfalt, dass die normal ist und dass sie sich nicht in Luft auflösen wird, dass sie sehr, sehr viele Chancen mit sich bringt und dass es jetzt endlich darum geht, sich auf die Chancen zu konzentrieren, auf die Mehrsprachigkeit, die im Land ist und nicht ständig irgendwen zum Sündenbock zu erklären. Und ich glaube, last but not least, dass ein echtes Antidiskriminierungsgesetz, das den Namen verdient, auch uns weiterbringen würde, wenn Menschen, die diskriminiert werden, aus welchen Gründen auch immer, sich auch wirklich effektiv wehren können vor Gericht und wenn die, die diskriminieren, echte Strafen fürchten müssen. Das ist noch immer nicht der Fall. Die Opfer von Diskriminierung tragen volles Kostenrisiko, wenn sie zu Gericht gehen, denn wenn sie nicht beweisen können, dass sie diskriminiert wurden, dann dürfen sie auch noch die Anwaltskosten der Gegenseite des Diskriminierers tragen. Auch das ist ein Projekt, das seit Jahren auf unserer Agenda steht und das bis jetzt von den Bundesregierungen immer abgelehnt wurde. Was ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe, was ich jetzt auch herauskitzeln möchte ein bisschen, so ein Stehsatz, gemeinsam an der gemeinsamen Zukunft arbeiten. Unabhängig nicht, woher kommst du, sondern wer bist du, sondern gemeinsam in die Zukunft dieses Landes zu investieren, weil wir sind da und wir bleiben da. Ich glaube, dass es ein ganz schönes Schlusswort ist. Egal woher wir kommen, an welchen Gott wir glauben, welche Sprachen wir sprechen, wie heißt es, wir leben hier, das ist unser Land und gemeinsam müssen wir auch die Probleme lösen und gemeinsam werden wir dafür sorgen, Inschallah, dass es noch besser wird in Österreich. In diesem Sinne, bevor ich das Schlusswort unserer Gastgeberin wieder übergebe, möchte ich meinen Gästen ganz, ganz herzlich danken. Ich möchte noch einen Blick ins Publikum werfen, weil ich dort weiß, dass Freundinnen sitzen, die sich sehr viel mit Zeitgeschichte beschäftigen. Ich persönlich habe es sehr spannend gefunden, hier Menschen zu haben, die ein Stück Zeitgeschichte, Migrationszeitgeschichte erzählen können. Wäre sicher spannend, auch mit finanzieller Unterstützung der Grünen, hier einmal Projekte anzuleiern, damit dieses historische Wissen nicht verloren geht, damit es für unsere nächsten Generationen auch bewahrt werden kann. Herzlichen Dank meinen Gästen und damit herzlichen Dank Ihnen und damit wieder zurück an unsere Gastgeberin. Jetzt funktioniert das. Danke vielmals. Ganz kurz abschließend, einerseits möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass ab morgen eine Filmreihe beginnt im Schikaneder Kino, drei Wochen lang an Mittwochs, also Mittwochs, wo wir Filme zeigen zum Thema Migration. Zwei Filme von Fatih Ackern sind dabei und ein Film von Kenan Kirlitsch und anschließend an die Filme wird es auch nicht so lange, aber eher kürzere Podiumsdiskussionen geben. Der Eintritt ist frei, Sie sind alle herzlichst eingeladen. Folder gibt es weiter hinten auf dem Tisch. Wir würden nur bitten, beim Schikaneder Kino einen Platz zu reservieren, damit Sie auch sicher einen Sitzplatz haben. Das würde mich sehr freuen, wenn Sie da auch dabei sein wollen. Und last but not least möchte ich mich beim gesamten Podium bei allen vier Gästen, die zugestimmt haben, heute Abend dabei zu sein, bedanken. Aber ich möchte mich ganz, ganz herzlich stellvertretend für die gesamte erste Generation bei Herrn und Frau Seimers bedanken. Es war die Frage, was haben Sie für Österreich getan? Ich glaube, wie alle Menschen, die in Österreich leben, haben Sie sehr viel getan für Österreich. Unser Reichtum heute beruht auch auf der Arbeit von Ihnen. Und danke vielmals dafür. Danke, dass Sie da sind. Danke, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank. Cheers. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und last but not least unser Jüngster, Teomanji Handtiftik. Danke für deine Arbeit, zum Beispiel beim Biber, das eine großartige Arbeit ist. Also alle, die mich kennen, wissen, ich bin ein großer Fan oder sagt man Fanin oder wie auch immer von Biber. Ich finde, ihr macht Pionierarbeit, Pionierinnenarbeit und ihr traut euch auch immer wieder was. Also wir sind nicht immer einer Meinung. Es hat auch spannende Diskussionen und Geschichten gegeben. Aber was ich ganz toll finde, ist, dass ihr euch was traut und dass ihr manchmal auch sehr positiv Tabus bricht. Danke vielmals dafür. Und für die eine oder andere persönliche Diskussion, Fragen stellen oder plaudern ist hoffentlich auch noch ein bisschen Zeit. Danke vielmals für Ihre Zeit und dass Sie da waren. Danke.